Ihr Anliegen? Ja, also ich will mein Klimageld abholen. Ja? Ja. Und? Wann kommt das Klimageld? Kommt das? Ja, also meines Wissens nach ja. Ja, und wann? Naja, das ist wie bei der Deutschen Bahn. Frag nicht, wann der zukommt, sondern sei dankbar, dass er kommt. Aber die Ampelregierung hat doch schon im Koalitionsvertrag versprochen, dass mit der CO2-Bepreisung auch ein Ausgleich für die Bürger eingeführt wird. Das Klimageld. Sie sind hier im Bürgeramt. Ja, und? Naja, das ist ein Synonym für nicht zuständig. Wie nicht zuständig? Ich bin der Bürger, Sie sind das Amt. Ja gut, aber wenn ich jetzt eine Vollstreckung bei Ihnen durchführe, dann müssen Sie sich auch nicht strecken und ich bin nicht voll.